Musik Ihr fragt euch sicherlich jetzt auch, was für die Zigarette, warum schert die sich nicht raus? Die habt ihr drin doch nicht zu suchen, wir müssen doch auch rausgehen um zu rauchen und zu husten. Musik Denn in Deutschland haben wir auch endlich einen Nichtraucherschutz-Blickenteppich. Doch ich bin hier, um in Gedanken zu schwelgen, in schönen Raucherinnerungen zu buhlen und machen uns nichts vor. Rauchen tun doch nur die Kuh. Musik Zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die, nachdem sie für 10 Euro tanken, noch 4 Euro in meine Brüder investieren. Fans wie euch sollte man nie verlieren. Aber auch alle, aber auch alle, die voller bedacht, sich ganz viele Argumente ausgedacht, haben, um das Nichtraucherschutzgesetz zu kippen. Diese Wörter gehen wie Spucke von den Lippen. Nichtraucher sollen toleranter werden und sich einfach nicht beschweren. Wenn bei 10 Nichtrauchern einer raucht, ist die Luft ein bisschen versaut und die Situation umgedreht, wäre es eh besser, wenn ein Nichtraucher geht. Und weiter ging es mit dem Raucherkampf. Ganz intelligent und extravagant. Es wurde sachlich argumentiert, dass jeder Viertel seine Arbeit verliert. Dem Staat kippiert jetzt die Kippensteuer, das kommt den Steuerzahler teuer. Für Straßenbau und Waffenkauf kommen jetzt nicht mehr die Raucher auf. Doch erstmal will ich noch weiter vom Rauchen schwärmen, wie kleine Krebszellen in Lungen gewärmen. Ach, was war die Raucherzeit schön. Es machte richtig Spaß zu singen, wie der Hans, den keine Ernste nahm, ein Brandloch in seine Jacke bekam. Auch auf der Tanzfläche bekam die Susi, ganz nebenbei nicht nur ein Spusi, sondern auch in Verbrennung im neuen Gleit. Oh, das tut mir schrecklich leid. Diesen Standardspruch gab es zu hören, so war es immer. Diesen Standardspruch gab es zu hören, so war es immer, ich kann es euch schwören. Auch wenn einer zusammenzuckt, wegen Verbrennungen auf der Haut, war es für Entschuldigungen in der Disco oft zu laut. Auch zum Draten war ich gut zu gebrauchen. Hast du eine Zigarette? Ich brauch was zum Rauchen. Hauchte die heiße Blondine dem Jüngling ins Ohr. Der war nicht dumm und sorgte schon vor. Hat sich extra eine Schachtel gekauft, obwohl er in Wirklichkeit gar nicht raucht. Und rot erschnitte einen an. Das ist mal ein echter Mann. Dass die Olle sich da wieder rumsteht, kurz Dankensagen geht, sei jetzt mal dahingestellt. Er war ein Mann. Und das ist, was zählt. Mein Konsum zog sich, man kann es so sagen, durch alle gesellschaftlichen Etagen. Von der Toilettenvorstehfrau bis zum Höchstmanager. Ja, genau. Man rauchte gemütlich im Pausenzimmer. Es gab kein Geheule und kein Gewinner. Und ganz nach dem Motto, jeder raucht so viel, er kann. Denn nach der Pause am Steigtisch gleich nebenan, musste man sich wieder unter Kontrolle halten. Und der nächsten Pausenz war wieder alles beim Halten. Unglaublich gemeinerweise erhöhte man für mich immer wieder die Preise. Das klingt vielleicht hart ab. Ich kann euch sagen, irgendwie muss man die Chemofahrmaßjahre zahlen. Doch meine beste Kolonie, die Zigarettenindustrie, war schlau und wirklich auch sehr fix und arbeitete mit allen Tricks. So gab es Zigarettenschächtelchen, ganz kleine. Sie kosten nur die Hälfte und das war das Feine. Doch hielten sie auch nur halb so lang. Und dann verspürte man hier diesen Drang, zum Tabakgeschäft zu laufen und eine neue Schachtel zu kaufen. Oder mit dem Auto zum Zigarettenautomat. Auch das bleibt unserer Umwelt demnächst wohl erspart. Ein weiteres Phänomen waren diese Rollbo-Quickies. Ein paar Handgriffe, dann ein paar Klick-Klickies. Dann war die Zigarette auch schon am Start. Man konnte endlich rauchen in voller Fahrt. Das hatte man sich nach dem Umstand auch verdient. Und die Umwelt mit noch mehr Hülfengüll bedient. Aber ein Laster wie mich. Das leistet man sich gern. Dann fährt man halt eben nur noch weniger in den Ferne. Und statt den Lolli für die Kleine steckt sich Papa aber erstmal eine. Dann aus der See noch in den Kinderwagen reingearscht. Die Kleine hat es auch schon genascht. Halb so schlimm kann ich euch sagen. Denn Dreck reint bekanntlich auf den Magen. Ihr lieben Raucher, ich werde euch sehr vermissen. Aber ich mache jetzt Schluss und gehe raus. Weil ich muss dringend, ihr wisst schon. Haltet die Ohren steigen und bleibt kapfer. Es gibt noch so viel andere Laster. Zum Beispiel dieses mit dem Mann auf der Frau. Jetzt gibt es ein dreifach von dem Islam. Dann wäre auf! Dann wäre auf! Dann wäre auf! Dann wäre auf! Letztes Jahr zum ersten Mal hier bei uns in der Bünd. und dieses Jahr ist er wieder zurück. Ach, irgendwie animiert das doch zum Reimen. Unser Tobias, die letzten Siegehalte. Der Tobias kommt mit seinen Vorträgen, mit dem nötigen Sarkasmus, wieder für die Rückkehr der politischen Bündner Rede, hier bei uns im Ort, das gab es schon lange mehr. Dank Tobias und für Tobias ein Neufall, sondern das La! 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 Rakete Stufe 1, Rakete Stufe 2 und Rakete Stufe 3, La! Ausdruck für unsere letzte Zingale, der Tobias Brücher. Dankeschön.